Moin Leute, Sonntag, 1. Oktober. Ja, gestern haben sie ja bei uns den Mais gehäckselt. So sieht das danach aus. Die ganzen Stängel bleiben hier stehen. Sie haben schon ziemlich tief geschnitten, wenn man das sieht. Aber ja, wir mulchen das jetzt trotzdem noch mal um. Was wollen wir damit erreichen? Der Maiszünsler, der setzt sich in den unteren Teil des Stängels und kann da sozusagen überwintern. Gut, der ist hier aufgeknackst, weil er hier drüber gefahren ist. Aber die, die komplett sind, sozusagen, wenn die nicht aufgesplissen sind oder sonst was, dann kann er da drüber wintern. Und wir fahren da rüber, mulichen den einmal, dann sieht das hier so aus. Also da bleibt nicht mehr von viel über. Das wird dann einmal gegrubbert und dann drinnen wir hier unseren Weizen und dann ist hier gut. Ja, so sieht das aus. Das war mein Sonntag. Ja, sonst gibt es nicht viel zu sagen. Wir sehen uns dann wieder. Alles klar. Bis dann. Ciao. Nochmal zu dem Maiszünsler. Ja, es verging gerade vielleicht ein bisschen schnell. Was ist der Maiszünsler? Der Maiszünsler ist, der legt Eier. Das ist wie so eine Motte, Schmetterling, irgendwie sowas. Der legt Eier auf der Unterseite des Maisplattes. Und ja, wenn die Larven schlüpfen, fressen die natürlich und gehen in den Stängel immer weiter nach unten und ja, schädigen denen dann sozusagen bis zum Totalausfall. Also bei uns ist das auch nicht so schlimm. Aber wir machen halt jetzt dieses Mulchen hier, um das vorzubeugen, dass das nicht so extrem wird. Also es gibt andere Gegenden, wo schon jahrzehntelänger Mais angebaut wird und wo der tatsächlich eine große Plage ist und das auch ganz schnell mal zum Totalausfall da kommen kann. Ja, was können wir dagegen machen? Im Endeffekt können wir hier so direkt dagegen spritzen eigentlich nicht, weil wir die Technik dafür nicht haben. In anderen Ländern fahren die mit so einem hochbeinigen Spritzen da durch und also, dass der Mais tatsächlich drunter durchgeht. Das ist bei uns hier schwierig, weil aber andersrum der auch noch kein großes Schadbild bei uns, also bei mir hier zumindest, angerichtet hat. Und aber eine andere Denke daran ist zum Beispiel mit Drohnen so eine Schlupfwespen auszulegen und damit dann den Zünster zu bekämpfen. Also die Eier sozusagen, die hier abgelegt werden, zu bekämpfen. Aber das ist natürlich ein großes Problem, weil man weiß immer nie genau, wann ist der richtige Zeitpunkt oder sehr schwierig herauszufinden, wenn der richtige Zeitpunkt ist. Und dann musst du auch einen haben, der so eine Drohne hat, der sowas abwerfen kann. Und ja, ist alles nicht so ganz einfach. Aber das ist so die Thematik um diesen Maiszünster. Und wie gesagt, man kann das mulchen, man könnte jetzt auch mit der Scheibenegge machen, man könnte es, ich habe schon mal gehört, dass man das walzt, aber da weiß ich nicht, wie gut da die Erfahrungen mit sind, ob dann tatsächlich nach dem Walzen auch wirklich alle Stängel aufgeschlissen sind, sag ich jetzt mal. Also wir müssen die jetzt nicht abmähen. Die können auch so lange bleiben, aber die müssen eben aufgebrochen sein, sodass der Zünster unten nicht die Möglichkeit hat, da drin zu überwintern. Genau, und das ist so die Thematik mit dem Maiszünster. Also da geht es in manchen anderen Gegenden schon heiß her und wie gesagt bis zum Totalausfall. Ja, wo ist das? Alles klar. Gut, bis denn. Ciao. Moin Leute. Heute, Samstag, 7. Oktober, glaube ich. Ja, ich bin am Weizendrillen, wie man hier unschwer erkennen kann. Da, wo meine ersten Rüben rausgekommen sind, da drillen wir jetzt. Ich habe gestern schon in Sachsen-Anhalt-Rüben die beiden Flächen gedrillt. Das ging auch gar nicht schlecht, aber gut, da war auch alles vorgekreiselt. Das war echt eine gute Sache. Ja, das habe ich gestern gemacht und heute geht es hier in Achim bei mir weiter. Wir drillen, ja, Hinterweizen, die Sorte Donovan von KWS. Hier wird dann wieder irgendwo Werbung stehen. Ja, mit, ich habe es hier irgendwo, 320 Körner pro Quadratmeter bei 44 Gramm 1000 Korngewicht und einer Keimfähigkeit von 98%. Ja, wir sind hier im Gange. Wie gesagt, die Zuckerrüben haben wirklich den letzten Rest Wasser hier rausgesogen aus dem Boden. Also der ist wirklich, also gut, ihr könnt es von denen nicht sehen, wir können gleich mal aufsteigen. Ja, es ist sehr klumpig. Oben eine Ecke ist ein bisschen Ton, aber gut, wir werden das hier sowieso anwalzen. Ja, ich drehe dieses Jahr mal ein bisschen tiefer. Letztes Jahr hat mir das nicht so ganz gefallen nach dem Auflaufen, dass es ein bisschen unterschiedlich war. Ja, darum fahren wir dieses Jahr nicht ganz so schnell. Wir sind jetzt vorhin jetzt hier 8 kmh. Schaffen wir irgendwo 2,5 Becken an die Stunde. Das ist ausreichend. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ja, der Julian ist hier im Gange gerade, da hinten auf meinen Rapsstoppeln. Der macht da Direktsaat mit seiner Maschine, auch mit der Sorte Donovan. Da haben wir aber ein bisschen mehr ausgedrillt, weil wir so ein bisschen Schiss wegen den Mäusen da haben, weil das ist wirklich sehr extrem, weil ja keine Bodenbearbeitung da stattgefunden hat. Da unten rühren wir da ein bisschen mehr aus, falls die Mäuse können, da haben die Mäuse ein bisschen, oder haben wir ein bisschen Vorsprung vor den Mäusen, bis wir dann da giften können. Ja, so sieht das aus. Ne, ich ziehe meine Bahn, haben jetzt schon insgesamt 13 Hektar habe ich jetzt drin von meiner Fläche. So, ich gehe mal langsam voran. Ich habe natürlich nur so einen kleinen Saattank hier. Das heißt, ich muss irgendwie alle 4 Hektar Saat nachfüllen. Der Wagen, gut, das sieht er jetzt gerade nicht. Der steht unten. Äh, ja, so sieht das aus. Alles klar, wir sehen uns gleich draußen nochmal. Ja, Leute, es kommt irgendwie gefühlt jedes Jahr einmal vor. Wir hatten jetzt, ich hatte jetzt gerade wieder hier so einen Spurlinien-Sprung, weil RTK ausgefallen ist und, äh, ja, Ende vom Lied ist, ja, sieh jetzt selber. Da ist der Linie-Sprich vom Sturmreißer und ich fahre jetzt daneben. Oh, das heißt, er ist mit einem halben Meter liegen geblieben jetzt. Ja, was würde passieren, wenn ich das jetzt wieder zentrieren würde? Dann würden die Abstände zu dem Rest der Fläche nicht mehr passen. Also nehme ich das jetzt hier irgendwie so in Kauf. Ultra-Jägerlich. Schreibt ja gerne mal in die Kommentare, ob das bei euch irgendwie auch immer öfters mal passiert. Ähm, ich habe diesen Novatell-Empfänger und, äh, fahre hier über Telekom, also über die SIM-Karte im Dach von der Telekom. Und, wie gesagt, letztes Jahr habe ich es einmal schon gehabt, hat mich ultra geärgert und, äh, ja, jetzt hier schon wieder. Eigentlich eine Katastrophe. Ja, keine Ahnung, was man da irgendwie anders machen kann. Weil, wie gesagt, der fährt dann, du siehst, das passt nicht. Und irgendwann nach ein paar Runden sagt er dir dann, oh, wir haben hier eine neue Spur gefunden, die genauer ist, als deine, wo du gerade fährst. Und dann kannst du nur die übernehmen, sozusagen. Ähm, oder musst du die eigentlich übernehmen, um den Abstand zu den Fahrgassen dann halt immer weiter überall zu haben. So, ist eigentlich ultra ärgerlich, sag ich ganz ehrlich. Aber es passiert irgendwie komischerweise immer. Oder was heißt immer, mindestens einmal im Jahr. Beim Rüben drillen war gar nichts. Jetzt beim Weizen drillen, ich weiß nicht, ob ich hier, keine Ahnung, ob das die Stücke sind, die hier irgendwie scheiße sind, wo ich hier Rüben gedrillt habe, war hier gar nichts. Jetzt gar keine Probleme, ob es am Wetter liegt. Ich habe wirklich keine, keine Ahnung. Aber jedenfalls war jetzt hier wieder so ein scheiß Sprung drin, hier oben, was weiß ich hier, 30, 40 Zentimeter. Ihr seht es ja, wo der Spurenreißer läuft, da so. Aber wie gesagt, wenn du das jetzt wegdrücken würdest, du würdest jetzt rüberfahren und da fahren, würde der Abstand nicht mehr passen zu den anderen Fahrgassen. Und das ist ja eigentlich das, was wir wollen, dass wir 100%ig 27 Meter von Fahrgasse zu Fahrgasse haben, ohne da viel, ich sag schon, Überlappung mit Pflanzenschutzmitteln zu haben, weil das sehr teuer ist, auch im Dünger. Darum müssen wir das eingeben. Und ich weiß auch noch nicht, sage ich euch ganz ehrlich, ob ich hier die 30, 40 Zentimeter nochmal überdrille oder nicht. Ja, ist ultra ärgerlich, wie gesagt. Ja, nochmal zu zeigen, ihr weiß nicht, ob ihr was jetzt seht, da hinten steht der Saatwagen, der kleine Dolz, 8 Tonner. Ja, wir werden die Saat heute auch wahrscheinlich leer drillen komplett. Und ja, dann werde ich die Walze anbauen und dann geht's walzenlos, weil heute am Wochenende kriegen wir keine Saat. Mein Onkel holt die erst wieder am Montag oder ist ja egal, wann er so holt, aber am besten nicht, wenn es regnet, irgendwie Montag, Dienstag, weil am Wochenende soll schon wieder ein bisschen regnen. Wie viel auch immer, weiß ich nicht genau. Ja, so der Stand. Wie gesagt, ich wünsche mir hier ultra ärgerlich, dass das hier nicht so richtig hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Man bezahlt da echt viel Geld für. Und wir haben ja auch schon alles ausprobiert. Wir haben ja letztes Jahr die alte Karte, die ich drin hatte, rausgenommen. Das war so eine Billo-Karte vom Discounter. Und habe jetzt eine teure Telekom-Karte drin. Und anscheinend funktioniert das immer noch nicht. Also ich weiß nicht, an was das jetzt tatsächlich liegt. Ja, ich finde es wirklich ärgerlich. Naja, gut. Ja, wir gucken uns das gleich draußen nochmal an. Ciao. Moin Leute. Samstag, der 21. Oktober. Lange nichts von mir gehört. War auch krank gewesen. Und ja, immer noch verschnupft. Was ist seitdem passiert? Wir haben versucht, unseren Weizen irgendwie reinzudrillen. Hatten ja am Anfang noch super Bedingungen, wo wir angefangen haben, unsere ersten Flächen zu bestellen. Mittlerweile können wir gefühlt jede Woche den Regenmesser einmal voll auskippen, wenn das mal reicht. Wenn nicht sogar noch mehr. Es steht überall das Wasser. Du brauchst mindestens irgendwie zwei Tage immer, dass es ein bisschen abtrocknet und regnet. Ich habe jetzt bei meinem Weizen noch 14 Hektar, die ich drillen muss. Auf der Hälfte stehen aber noch die Rüben. Ja, so ist der Stand. Wenn ihr euch mal hier die Drillmaschine angucken wollt. Also wir haben vor drei Tagen, glaube ich, nee, wann war denn das? Habe ich abends noch meinen Langeberg gedrillt und an der Mühle ringsherum fertig, wo wir angefangen haben. Und ja, das baut sich halt überall auf. Moment, ich hole euch mal kurz eine Taschenlampe. Ach, Leute. Ja, alles eine Katastrophe. Wie gesagt, wir hängen voll hinterher. Ich mache mal hier Licht an. Ich weiß nicht, ob ihr das da seht. Das baut sich halt überall auf. Kann man so alle Stunde mal freiprokeln auf dem Acker. Super klebrig gewesen. Wenn man sich hier hinten... Also das ganze Gegenteil vom letzten Jahr. Gut, hier hinten geht es mittlerweile. Ja, was passiert dann natürlich immer, wenn es gerade geht mit Drillen? Dann ist immer wieder irgendwas anderes kaputt. Und zwar habe ich auf dem Schlagmühle habe die Vorgewände noch fertig gedrillt ringsherum und habe gesehen aus der Kabine, dass die Halter hier oben sozusagen, also ich weiß nicht, ob ihr seht, da hinten sind die an so einem Vierkantrohr fest. Und also die orangenen Teile. Ich weiß nicht, kann man das irgendwo... Nee, man kann es nicht sehen. Alles verdreckt. Also hier oben sind die fest, wo jetzt die Erde drauf liegt. Und da waren zwei Schare hier. Da waren die Klammern gebrochen und die hangen schon auf halb acht. So konnte ich natürlich nicht wirklich mit weiterdrillen oder hätte ich vielleicht machen können, aber es ist die Frage, ob ich sie dann nicht ganz verliere und dann noch mehr kaputt geht. Also haben wir dann in den Abend aufgehört. Abends noch ausgebaut und am nächsten Tag schweißen lassen und wieder eingebaut und dann an dem Abend gleich noch die sechs Hektar Langeberg reingedrillt. Das war fertig und dann kam am nächsten Tag schon wieder Vollstoffregen. Ja, eigentlich eine Katastrophe. Wie gesagt, es regnet eigentlich jeden Tag gerade, sodass es tatsächlich eigentlich nichts geht oder dass wir nichts machen können. Ja, ich bin jetzt gerade daran, noch mal ein bisschen was zu reparieren. Hier war der Halter, also hier die Außenplatte von der Kreiselegge. Der Kreiselegge wird hier gespannt, dass sie immer unten bleibt über diese Feder. Und da war dieser Winkel und der Winkel war verbogen. Julian hatte mir gerichtet und den werde ich jetzt hier wieder anbauen. Hier kommt er drauf und dann wird das mit der Feder wieder eingebaut. Ich habe auch neue Schrauben. Ja, das ist auf jeden Fall so der Stand momentan. Wir können auch gerne nachher nochmal auf dem Acker gucken. Ich habe es immer noch nicht richtig eingestellt gekriegt mit diesem scheiß Versatz da von der Drillmaschine. Ich spiele da immer so ein bisschen hin und her, weil ich der Meinung bin, wenn du dann über die Motorhaube guckst, dass es dann vielleicht doch nicht so richtig passt. Vielleicht ist das ein großer Fehler, da immer irgendwas rumzuspielen. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal irgendwann korrigieren. Aber wie gesagt, mir ist es halt ultra wichtig, dass die Fahrgasse auch tatsächlich auf 27 Meter liegt und nicht auf 27,50 Meter oder so was, wenn ich da jetzt zu viel verändere von der Arbeitsbreite. Ja, das ist der Stand hier eigentlich. Gibt es noch irgendwas zu erzählen? Andere Maschine? War noch irgendwas kaputt? Nee, eigentlich nicht. Funktioniert alles. Wir drillen momentan die Sorte Imperium. Haben wir geguckt. Die erste Sorte Donovan ist ausgedrillt. Jetzt können wir mal oben in den Saattang gucken. Jetzt haben wir hier die Sorte Imperium. Da kommt der ganze Dreck runter. Der ist jetzt drin. Ja, wir drillen gerade irgendwo 170, 180, 170 Kilo. Sind irgendwo 340 Körner oder so was. Ja, das Verstand hier auf dem Wagen ist noch ein bisschen was drauf. Dann müssen wir auch schon wieder neue Saat holen. Ja, wie gesagt, so ist der Stand. Mir geht es immer noch nicht top. Ich bin immer noch ein bisschen verschnupft. Und ja, ich will das jetzt wahrscheinlich so beibehalten irgendwie, dass wir nur alle zwei Wochen ein Video machen. Weil mich das ein bisschen ärgert, also mich selbst ärgert, wenn ich ein Video mache und da ist nicht viel Content drin. Beziehungsweise ist es halt langweilig. Darum habe ich mir gedacht, ich mache das noch alle zwei Wochen. Vielleicht kommen dann auch alle zwei Wochen mal zwei Videos. Also einmal Direktzeit oder sonst was, wenn da was passiert ist. Ja, das ist so der Stand. Also da wollte ich gerne, dass wir da irgendwie hinkommen, weil es für mich auch einfacher ist. Ich habe auch immer nicht so viel Zeit und dann könnte ich mehr Content in ein Video bringen. Das würde mich schon freuen. Ja, sonst gibt es eigentlich nichts. Ah doch, ich habe meine Fettpresse mal ausprobiert. Diese Milwaukee Fettpresse, ultra geil. Also der hat richtig Bums. Die macht den Spinnippel wieder frei. Das funktioniert richtig gut. Neun kleinen Schlagschrauber habe ich auch gekauft. Weil der Große ist, der ist schon groß, aber der ist zu schwer. Also du kannst damit schon ordentliche Treckerreifen, die Muttern oder den Anhänger hier lösen ohne Probleme. Aber für das kleine Sachen hier, so an der Maschine zu schrauben, viel zu schwer. Ja, Leute. Das ist der Stand. Wir gucken vielleicht nochmal auf dem Acker nachher, wo der Weizen schon aufgelaufen ist, dass man da mal gucken kann ein bisschen. Der Weizen ist alles, was bis jetzt gedrillt wurde, außer Langeberg, auch schon komplett gespritzt mit Boxer, Herold, Cadou. Und das ist alles fertig für dieses Jahr. Wie gesagt, wir müssen jetzt nur noch irgendwie auf die letzten 14 Hektar dann drauf kommen, beziehungsweise da muss erstmal der Rüben oder irgendwie die Rüben rauskriegen. Und dann kann das weitergehen. Alles klar, bis denn. Ciao. Moin Leute. Sonntag, der 22. Oktober, bin ich der Meinung. Jawohl. Ja, ich stehe auf dem Raps. Der hat ja zum Glück nochmal ein bisschen gewachsen, aber ja, hier steht im Endeffekt alles so halb unter Wasser, wenn man mal hier guckt. Überall, der Boden ist so gerittigt, der Oberboden. Mit dem Fahrgasten kann man laufen. Aber ja, wie gesagt, sonst steht er eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Hat sich gut entwickelt. Ab und zu hat man dann tatsächlich mal eine Reihe, die nicht so richtig toll gekommen ist. Das wird dann die Reihe gewesen sein, die wir ein bisschen tiefer gestellt haben an der Seemaschine. Das war vielleicht dann ein Tuck zu tief. Und hier auf dem Vorgewende, hier kann man echt nicht laufen, das ist alles so nass, man sinkt hier richtig ein. Ich habe mir extra schon Gummistiefel angezogen. Und hier auf dem Vorgewende sieht das auch merkwürdig aus. Entweder es sind tatsächlich Verdichtungen, oder es lag einfach zu, in die Richtung sieht es besser aus, es lag einfach zu grob. Das kann natürlich auch sein. Ja, wie gesagt, das Gras ist jetzt vor zwei Wochen gespritzt hier. Und ja, so sieht das aus. Wir gucken jetzt nochmal zum Weizen, ich gedrillt habe. Und ja, alles klar, bis gleich. Ciao. So, wir sind jetzt nochmal bei mir auf dem Winterweizen, den wir gedrillt haben. Das ist auch noch die Sorte Donovan. Vorgewende ist Yonte. Ja, und den habe ich gedrillt, glaube ich, vor knapp zwei Wochen. Wo es noch relativ trocken war. Und auch gleich angewalzt. Und ja, weiß nicht, ob man sieht auf der Kamera. Auf dem Drohnenvideos, die ich gemacht habe, ich kann hier einfügen, aber da sieht man nicht wirklich was. Weil er noch zu klein ist. Ja, wie gesagt, der ist noch gut aufgelaufen. Hat er ja danach auch ordentlich Regen gehabt. Und wie gesagt, gefühlt, Sie lernen bei ihm gerade jede Woche mindestens ein Regenmesser aus. Hier war es aber noch ein bisschen grobglutiger. Darum ist es hier nicht so matschig. Also ich habe zwar Gummistiefel an, aber so doll klebt es gar nicht. Wenn ich auf dem Vorgewende das, was ich später gedrillt habe, da versinkt man fast. Ja, und dann habe ich erzählt, dass meine Drillmaschine, dass da die Schare abgebrochen waren. Oder locker waren. Und das sieht man natürlich jetzt hier. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Das müssten zwei Schare sein. Die müssten eigentlich weiter auseinander sein. Und auf dieser Seite auch hier. Diese Reihe, die müsste eigentlich auch weiter versetzen. Das sind zwei Reihen auf einer auf einer Reihe sozusagen gerade. Ja, das habe ich ja repariert dann. Und hoffe, dass das jetzt funktioniert. Ja. So sieht das aus. Immer wieder richtig Regen. Überall steht das Wasser. Wir kommen nicht richtig voran. Ich muss ja zum Glück sagen, ich habe ja zum Glück zeitlich angefangen. Die ganzen Flächen in Sachsen-Anhalt sind fertig. Und also fertig gedrillt, komplett. Da müsste ich jetzt nur nochmal hin und Steine sammeln. Das ist alles gespritzt. Hier ist auch alles gespritzt schon. Boxer Kadu Herold. Ist alles schon drauf. Ist alles fertig. Ja, jetzt warten wir im Endeffekt drauf, dass es irgendwie wieder abtrocknet. Aber heute Nachmittag soll es schon wieder regnen. Die ganze Woche soll wieder schlecht werden. Und vielleicht ab nächstem Wochenende soll das Wetter wieder umschlagen. Vielleicht. Aber man kann sich da irgendwie fünf verschiedene Wetterberichte angucken und jeder sagt was anderes. Aber man muss ja auch mal ein bisschen hoffen. Ja, hier sieht man, bis hier habe ich gedrillt. Dann das Vorgewende später. Weil das war dann irgendwo, glaube ich, Samstag oder Sonntag. Und dann war mein Saatanhänger leer und keine Saat gekriegt. Ja. Und dann habe ich, wo es dann wieder ging, sozusagen hier angefangen. Wenn man sich mal die erste Bahn anguckt. Also hier sieht das super aus alles. Keine Frage, das ging dann auch. Aber wenn man jetzt hier guckt, das klebt hier schon ordentlich. Und die erste Bahn hier hinter den Bäumen. Da habe ich die Kreiseleger auch ein bisschen tief gehabt. Da sah das dann so aus. Die ersten 20 Meter hier. Bis hier, dann wurde es da hinten besser. Gut. Muss man wahrscheinlich irgendwie dieses Jahr durch. Anscheinend müssen wir dieses Jahr unseren Weizen reinschmieren. Keine Ahnung. Bei Weizen ist das alles nicht so schlimm. Da kommt auf jeden Fall wahrscheinlich Ertragseinbußen haben. Mit Gerste könnte man das zum Beispiel gar nicht machen. Die mag das überhaupt nicht. Wenn man die irgendwie ins Nasse schmiert. Und hier hinten in der Ecke, wo wir immer umdrehen. Da ist es halt. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Da ist es halt ultra nass. So. Das sind die Verdichtungen in den Ecken. Wenn man rangiert, wenn man in die Ecke drillt, in die Ecke grubbert, wieder umdreht. Das ist leider so. Ja. Leute. So sieht es aus. Noch mal ein Blick von hier. Schön bis da hinten hin. Wie gesagt, das ist gedrillt. Ich habe jetzt nur noch die beiden Flächen, wo der Mais war noch. Seinschnetterfeld und große Mäsche. Da müssen noch Weizen gedrillt werden. Das könnte ich jetzt theoretisch auch machen. Wenn es abgetrocknet ist, dann müsste einmal gegrubbert werden. Wir haben zum Glück nicht gegrubbert. Wenn das jetzt aufgerissen wäre richtig, dann würde natürlich das Wasser vom Regen richtig reinziehen in die in die in den Boden und ja, das wird irgendwie machen, wenn es abgetrocknet ist. Müssen wir probieren, da irgendwie drauf zu kommen, dass wir das gedrillt kriegen. Und dann kann man das von hier sehen. Ja, da hinten da hinten irgendwo habe ich noch zwei Pläne Rüben. Auf den einen kommt Mais nächstes Jahr, da machen wir dieses Jahr gar nichts mehr und auf den anderen da muss noch Weizen gedrillt werden. Also sind jetzt bei mir noch irgendwo, das habe ich gesagt, 14 Hektar, die ich drillen muss. Das ist wirklich noch überschaubar, sage ich jetzt einfach mal, weil wenn ich mir andere Betriebe angucke, die fast noch gar nicht angefangen haben, dann ja, habe ich noch Glück gehabt. Und wenn zum Schluss vier Hektar überbleiben, dann drehe ich der Sommerweizen und dann oder im schlimmsten Fall kommt dann da Mais hin oder sowas. Keine Ahnung. Ja, so ist der Stand. Wir haben ja die Hauptsorte, die wir dieses Jahr hatten, ist Donovan, weil er mir letztes Jahr super gut gefallen hat. Diese Ernte super gut gefallen hat von der Qualität und auch vom Ertrag. Dann haben wir Jonte mit drin mit zwei Tonnen. Die drillen wir eben gerade. Und dann haben wir zum Schluss nochmal Asuri. Den wollen wir ein bisschen später drillen oder zum Schluss jetzt mit drillen, weil letztes Jahr haben wir den als erstes gedrillt und dann war ja die Ernte, die sich so verzögert hat und dann ist halt ausgefallen und das war natürlich sechs. Ja, so sieht das aus. Das ist so der Plan. Gucken, ob der aufgeht. Gibt es noch irgendwas zu sagen? Ja, ich müsste eigentlich mal Mäuse giften, mal über den Acker laufen, beim Raps da hinten auf jeden Fall. Ja, wir sind jetzt gerade hier und in dem Clip davor waren wir da hinten da, wo die Büsche sind auf dem Raps. Da habe ich auch schon zwei, drei Löcher gefunden. Da muss ich auf jeden Fall mal drauf. Und ja, das ist so der Stand. Wir hoffen, wie gesagt, dass es irgendwie trockener wird, weil ja, die Sonnenstunden werden weniger, das heißt, es trocknet weniger ab. Klar, der Wind, der hilft natürlich, wenn es richtig schön stürmisch ist, aber die Temperaturen sollen auch runtergehen jetzt und dann müssen wir gucken, was da Phase ist und im schlimmsten Fall müssen wir dann halt bei Frost durchreißen und dann irgendwie dann da rein drillen. Andere Idee hätte ich da nicht. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es bei euch aussieht gerade mit der Aussaat, ob das alles sich so ein bisschen verzögert wie bei mir. Wie gesagt, bei uns alle schwere Böden hier, dunkle, schwere Böden. Bei Julian zum Beispiel jetzt hier ein paar Kilometer weiter, der hat da viel Kalksandstein oder Mergelböden. Da ist er, gestern war da schon grau oben drauf, aber er hat gesagt, das kannst du trotzdem vergessen, da unten drunter ist wie Katzenscheiße, richtig nass. Das ist so der Stand. Wir müssen jetzt abwarten, einfach was passiert mit dem Wetter und ja, muss es dann halt irgendwann nächste Woche losgehen oder sowas, keine Ahnung. Wir leben nun mal mit der Natur oder arbeiten mit der Natur. Das müssen wir halt einfach in Kauf nehmen. Regen war natürlich super für die Zuckerrüben und für den Mais. Das ist einfach so. Jetzt könnt ihr einfach mal kurz aufhören, dass wir unsere Saat in die Erde kriegen, aber ja, ich will nicht großartig meckern. Wie gesagt, was mir super gut gefällt, gehört jetzt nicht in diesen Vlog eigentlich rein. Also ich nehme gerade zwei Vlogs gleichzeitig auf, den Direktsaat-Vlog und diesen jetzt hier. Also falls euch dieses Thema Direktsaat auch interessiert, könnt ihr da gerne in einem anderen Vlog, der wahrscheinlich gleichzeitig rauskommt, euch auch noch angucken. Ja, das war glaube ich die beste Entscheidung, die ich gemacht habe, dieses Jahr, dann meinen Weizen direkt in die Rapsstoppel zu drillen. Also ich fand's super geil. Also ich war da gerade drauf. Könnt ihr ja gerne in einem anderen Video euch mal angucken. Könnt ihr auch gerne liken und einen Kommentar da lassen, wie ihr das findet. Ja, wie gesagt, nächstes Jahr wahrscheinlich mein Raps. Der kommt nach Osterwig, also nach Sachsen-Anhalt, die beiden Flächen. Immer trockener Standort. Ja, Wasser fehlt halt oft und da bin ich tatsächlich am überlegen, nächstes Jahr den Raps da in Direktsatz zu drillen. Um das einfach mal auszuprobieren. Wie gesagt, Julian macht das schon zum zweiten Jahr und der Raps sieht einfach Bombe aus und ja, eigentlich wäre man schön blöd, wenn man es nicht machen würde. Weil der Tobias mit seiner Tempo, der könnte das auch, der hat einfach der Schadruck höher gesetzt und dann kann er in die Stoppeln da direkt reinschlitzen und ja, da müssen wir dann gucken, was passiert. Am besten ein bisschen früher, so weiß ich nicht, 15. oder 20. August wenn wir das schaffen. Ja, nee, ansonsten gibt es nichts. Wie gesagt, heute eigentlich wieder so ein bisschen Kaiserwetter. Gut, die Sonne ist gerade weg. Das ist das beste Beispiel dafür, dass das Wetter richtig wechselhaft ist eben. Hat natürlich auch wieder ordentlich getrocknet auf zwei, drei Schlägen, wo ich schon gedrillt habe. Da steht halt das Wasser richtig in den Fahrgassen drin. Ja, gut, nee, das soll es zu diesem Vlog eigentlich gewesen sein. hat sich alles ein bisschen dolle hingezogen, weil ich krank war zwischendurch und ja, aber es passt jetzt ein bisschen mehr, weil ich ein bisschen mehr Zeit hatte, was aufzunehmen in diesem Vlog und ich finde das eigentlich ganz cool und würde das eigentlich gerne so beibehalten, dass vielleicht so erst so alle zwei Wochen ein Vlog kommt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Weil ich finde es halt scheiße, wenn ich selber einen Vlog mache und der Vlog mir selbst nicht gefällt, weil einfach zu wenig drin ist und ich gezwungen bin, jede Woche da einen Vlog zu drehen, das finde ich scheiße. Darum werden wahrscheinlich jetzt in Zukunft oder nicht wahrscheinlich, werden jetzt in Zukunft die Vlogs alle zwei Wochen kommen, zwei Wochen Sonntag, weil er einfach mehr reinpasst und ja, ich muss mir nicht da so einen Stress machen immer, das alles noch fertig zu schneiden und noch genug irgendwie aufzunehmen und ja, das ist auf jeden Fall der Stand. Ja, gut, ihr liked den Kanal, ihr teilt das Video mit euren Freunden, ihr kommentiert, ihr liked es, Glocke aktivieren, ihr wisst Bescheid, wie das geht und dann ja, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir vielleicht irgendwas machen können auf dem Acker. Alles klar, bis denn, haut rein, ciao.